So, meine Lieben, ihr habt mir vor einiger Zeit was versprochen. Ja, was denn, Onkel Fred? Nicht, dass ich wüsste. Doch, doch. Mein Wunsch ist es, hier und heute euer Krippenspiel zu hören. Ne? Fällt's euch ein? Nein, nein, nein. Stimmt, dass ich mag nicht. Ach, nee, nee. Nicht wieder diese olle Kamelle. Bitte, Max. Du bist ein so schöner, garstiger Wirk. Ich bitte geht's. Es kann keiner so schön fies sein wie du. Ja, ja. Dies ist ein Krippenspiel. Es ist sehr, sehr alt und kommt aus Tirol und heißt, wer klopft an? Wer klopft an? O zweiger arme Leut. Was wollt ihr dann? O geht uns herberg heut. O durch Gottes Liebe bitten, öffnet uns doch eure Hütten. Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein. Oh lasse, droh uns doch ein. Das kann nicht sein. Wir wollen dankbar sein. Nein, es kann einmal nicht sein. Drum geht nur fort. Ihr kommt nicht rein. Wer vor der Tür? Ein Weib mit seinem Mann. Ein Weib mit seinem Mann. Was wollt denn ihr? Hört unsere Bete an. Lasset uns bei euch doch wohnen. Gott wird euch schon alles lohnen. Was zahlt ihr mir? Kein Geld besitzen wir. Dann weg von hier. O öffnet uns die Tür. Ei, macht mir kein ungestimmter Pakt. Euch geht woanders hin. Jawohl. Wer draus noch heut? Mit O Liebe kommt heraus. Sind's nette Leute. O öffnet uns das Haus. Freundeshaft mit uns erwarmen. Einen Winkel gönnt uns Armen. Da ist nichts leer. So weit gehen wir heute her. Ich kann nicht mehr. Ja, o lieber Gott und Herr. Ei, die Wettelsprach führt ihr. Ich kenn sie schon. Geht nur von hier. Ja, ja. Da geht nur, geht. O Freund, wohin, wo aus? Zum Viehstall dort. Geh Josef nur hinaus. Ja. Sei es denn durch Gottes Willen Wollen wir die Armut fühlen. Jetzt packt's euch fort. Oh, das sind harte Worte. Zum Viehstall dort. Oh, welch ein harter Ort. Ei, der Ort ist gut für euch. Es braucht nicht viel. Da geht nur gleich. Ruhi, Maxi. Was bist du gar nicht so gemein. Ja, schäm dich, Maxi. Hab ich's nicht gleich gesagt. Ich wusste es. Ich kann euch immer wieder sagen. Es steht so hier im Text. Ihr seid fies. Ich muss immer den Wirt spielen. Oh, was ne fiese Charakter. Wer sagt das? Ihr wart einfach Weltklasse. Ja, stimmt. Du, Fritz, als Maria. Danke. Und du, Udi, als Josef. Ja, danke sehr. Ja, und last not least ein Riesenlob für die Rolle des fiesen, miesen Wirtes. Max, er lebe hoch. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Dicke, jetzt ist ja gut. Ja, kriegt euch alles. Oh, oh. Das war das letzte Mal, sag ich euch. Untertitelung des ZDF, 2020